Zwei Tage später, Drabbs legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spieloffensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Das letzte Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ich verstehe, was ich gesagt habe. Dann, offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz. Zweite. Ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern, Nackt, Dorn und Blau, vielleicht halbzeit Pause. Ich habe auch andere Mannschaft gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe auch zwei Tage der Training gesehen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat er gespielt Mehmet oder hat er gespielt Balder oder hat er gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Mannschaft nicht diese Spieler kaufen? Weil wir haben gesehen viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die Italiener Meisters. Meisters. Strunz. Strunz ist zwei Jahre hier, hat er gespielt, zehn Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt? Strunz. In den letzten Jahren ist er Meister geworden mit Amann in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässt. Haben gespielt 25 Spiele in diesem Verein. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mutte an Worten. Aber ich weiß was denken über diese Spieler. Die Spieler müssen sagen, es ist Samstag. Diese Spieler müssen sagen mich. Es sagen die Fans. Sie müssen alleine das Spiel gewinnen. Sie müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt. Erwarte diese Spieler. Ich habe immer die Schuld. Über diese Spieler. Einige ist Mario, eine andere ist Mehmet. Strunz, ich spreche nicht als gespielt, nur 25 Prozent des Spiels. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig.